Ich mag kein Dezember, ich mag kein Advent, es ist mir einfach viel zu geil. Es kommt doch alles auf die richtige Kopfbedeckung drauf an und auf die innere Einstellung. Schau mal, es ist ein bisschen grau, aber wir haben doch die Bilder vom Sommer im Kopf. Ich glaube, da brauche ich ein bisschen Hilfe. Hilfe von euch! Und ihr könnt mir helfen. Ihr könnt auch, ihr wollt helfen, dass ihr sich weniger Gemotze von mir über das Wetter anhört. Schickt uns Sommerbilder. Wir geben jeden Tag ein Thema aus, einen Sommertag. Und ihr postet Bilder aus dem Sommer, für mich ganz besonders, weil das tut mir gut. Ein bisschen was zu gewinnen von uns, sind so Überraschungen von uns. Und wir suchen immer das schönste Foto aus, also das, was mich am meisten erwärmt. Und ja, Hilfe! Es ist grau, es ist kalt, ich mag nicht, ich mag nicht, ich mag nicht.